Hallo, willkommen zum Video zum Thema natürlicher Gentransfer. In diesem Video lernst du, was ist Gentransfer und wozu dient Gentransfer. Außerdem lernst du drei Arten des Gentransfers kennen. Die Transformation, Konjugation und Transduktion. Unter Gentransfer versteht man im Allgemeinen einen Prozess, bei dem DNA von einem Organismus auf einen anderen übertragen wird. Dieser Prozess findet in der Natur bei Bakterien statt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020